das ist ja wieder das ist noch mal von vorne super klasse ich freue mich nein ich lasse das macht Spaß das war ja nicht schwierig wir schießt ja ich hab doch hier neue sich ja ich hab hier sehen jetzt stopp doch mal das ist voll unmännlich von dir stell dich mir im kampf du männliche männlichkeit das wollte ich gar nicht sagen ach Gott jetzt hab ich wieder Teufelsküche geredet als Let's Playerin muss man ständig auf die Worte achten die man so von sich so was haben wir hier noch irgendwelche netten Kram die wir brauchen nein hier war doch irgendwo so ein Fahrstuhl wo man gleich mit nach oben kam genau da diese blöde Selbstschlussanlage es gibt mir auf den Nerven ich wollte gar keine Blitzchen werfen naja bleibt doch mal stehen jetzt blieb halt stehen hey ich hab dich voll mit meinen Blitzen getroffen muss voll weh getan haben hey ich hab dir doch gar gar nichts getan bis jetzt jedenfalls kann ich mich immer fressen nee kann ich nie Moment 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 hab ich da Zeug das ich benutzen kann ja Plasterpack ähm 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 äh da drüben war die Tür ja ich erinnere mich ganz dunkel dass wir das hier schon mal gemacht haben merkwürdiges Déjà-vu ja ich will ja auch gar nicht durchkommen ach jetzt kommt die Potsau wieder hier na komm mal her komm hier na komm schon komm wir mal näher ran ja komm schon na komm schon wir sind immer dadurch dass ich das abwehre selber jetzt drauf hau drauf hau den Luke ab oder den Fritz Egon hey Fritz Egon komm wieder runter Mami möchte nicht dass du blöden Kram machst ja hier wird auch noch so eine Potspiepe guck mal hui das macht doch Spaß so wie war denn das jetzt? ah ich bin da jetzt das Dach hochgeklettert ich erinnere mich hui hui what the fuck was that? Jaden Would you please be so kind? Dankeschön Tralalalalalalalalalalala Tralalalalala ich labere heute nur total schwarz die ganze Aufnahme ist eigentlich für die Katze aber das ist mir völlig egal ob trrrr weg da Jaden ja ich geh ja schon hey pass bloß ey Moment ich bin doch nicht warte doch ich bin jetzt kannst du schießen oh so ein zufall dass ich direkt vor dem Hangar bin hm wie kann das denn passieren ja mach mal hin ja mach mal hin oh wir haben das ja so Dach frei da ich da rüber geflogen bin ok das sollte ja ein Widerstand schwächen kann ich dich diese großen Dinger auch kaputt machen? ich mein ich hab ein laser schwer ich müsste das nur rein rammen und dann wäre das kaputt naja dann nicht das läuft so gut ja ich wette ich sterbe wieder weil ich in Elektrizität springe mach hin aua und jetzt die Kommunikationszentrale damit sie keine Hilfe mehr rufen können wie komm ich da hin weiß es noch nicht kann ich erstmal wieder da hoch und mir das dann angucken wie ich da hinkommen kann das wär toll hopp also ich müsste dann da rüber um da rüber zu kommen kann ich da rüber springen schaffe ich das ja super wie komm ich jetzt aber da rüber kann ich da rüber springen? nein wie komm ich da hoch ey wie komm ich da hoch hm ok ich versuch's mal mit Ablauf Geronimo ich bin da nicht gesprungen ich hab mir nur Fallschaden geholt hallo hallo was ist denn hier los eine Party und ich bin nicht eingeladen das ist aber nicht nett von euch stopp das ist kaputt oh hi das sieht ja auch mal nach einem fetten Gebäude aus und ähm ist hier irgendwas wo ich rein kann oder so ne keine Tür für mich das ist aber schade im Moment mal da unten ist die Tür ob ich diese Tür als unten benutzen kann oder nicht das sehen sie in der nächsten Folge vor ähm wie geh ich denn jetzt mal da runter Fallschaden oh oh nein hm nein wie konnte das denn passieren das ist mir aber immer Suspekt nein ich glaube es nicht ich